Was geht ab Leute, willkommen zurück in der virtuellen Realität, wir öffnen das 19. Türchen vom Virtual Reality Adventskalender und heute gibt es wieder was für die PlayStation VR Freunde und zwar Apex Construct, sehr gutes Spiel, könnt ihr mit den Move-Controllern spielen und zwar ist es ein Action-Adventure, wir haben viele Rätsel auch, wir müssen aber auch ballern, müssen durch die Gegend laufen und alles sehr gut gemacht, sehr spaßig und ihr habt 24 Stunden Zeit das zu gewinnen, der Link zu dem Gewinnspiel ist unter diesem Video in der Beschreibung und wir sehen uns morgen, haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal!